Es ist Samstag, der 14. November. Herzlich willkommen zur Erziehung der Lottozahlen live aus Saarbrücken. Wie versuchen Sie eigentlich Ihr Lotto-Glück? Überlassen Sie Ihre Zahlen dem Zufall oder haben Sie eine ausgeklügelte Taktik? Unser Jackpot-Knacker von letzter Woche jedenfalls, der hat eine ziemlich interessante Taktik und die werde ich Ihnen gleich erzählen. Doch zuerst wollen wir natürlich in die neue Runde Lotto-Glück starten und haben deshalb unsere Erziehungsgeräte und Lotto-Kugeln schon ordnungsgemäß überprüft. Also los geht's und viel Glück! Also mehr Glück geht eigentlich gar nicht mehr, denn der Tipper aus Südbaden war letzte Woche Mittwoch der einzige bundesweit, der den Supersechser geschafft hat. Und dieser Supersechser hat ihm sage und schreibe 15,7 Millionen Euro beschert. Hier die erste Lottozahl. 31. Und dieser Einzelgewinn war der höchste für Baden-Württemberg im ganzen Jahr 2015. Und der neue Lotto-Millionär ist der fünfte in diesem Jahr im Ländle. Hier folgt Glückszahl Nummer 2. 48. Wie hat er das angestellt? Zum Glück hat er uns seine Tipp-Taktik verraten. Mittwochs nämlich überlässt er die Zahlen dem Zufall. Und samstags tippt er grundsätzlich seine eigenen Lieblingszahlen. 29. Lottozahl Nummer 3. Und mit dieser Taktik fährt der Preisgauer schon seit Jahren und fordert Fortuna immer wieder heraus. Also mittwochs wird ein Quick-Tipp gemacht und der Computer sucht die Zahlen aus. Acht, die vierte Zahl. Ja, egal welche Zahlen Sie heute getippt haben, Ihnen winkt heute ein Doppel-Jackpot. Wir haben nämlich im ersten Gewinnrang vier Millionen und im zweiten zwei Millionen. Und die vorletzte Zahl, die Eins. Ja, und sehr gerne würden wir natürlich diesen Jackpot heute auch wieder knacken. Vielleicht klappt es ja. Beim Spiel 77 jedenfalls wurde er auch nicht geknackt. Am Mittwoch vier Millionen sind da im Pott. Und hier kommt die letzte der sechs Richtigen. Die 24. Schauen Sie nochmal kurz auf die heutigen sechs Richtigen. Weil wenn Sie diese sechs haben, dann hätten Sie ja schon zwei Millionen Euro im Sack. So schnell geht das heute. Und wenn Sie den Jackpot knacken wollen, dann brauchen Sie natürlich noch the one and only Superzahl. Hier kommt sie. Ziehung frei. Tja, mit sechs Richtigen zwei Millionen und mit sechs Richtigen plus Superzahl vier Millionen. So sieht es heute aus. Und wir haben insgesamt 26 Millionen in der Ausspielung. Und hier kommt die Superzahl. Die drei. So, und jetzt notieren Sie am besten mal alle Zahlen in der Reihenfolge. Hier sind sie. 1, 8, 24, 29, 31, 48. Superzahl drei. Und Stift gleich in der Hand behalten. Denn hier kommen ja noch die Gewinnzahlen unserer Zusatzlotterien, die wir immer schon vor der Live-Züge ermitteln. Und da starten wir mit dem Spiel 77. 64, 20, 8, 2, 9. Super 6, 8, 4, 6, 3, 9, 2. Ist Ihre Taktik aufgegangen? Also ich habe Ihnen auf jeden Fall fest die Daumen gedrückt. Und ob das alles so geklappt hat, können Sie selbstverständlich auch auf lotto.de nochmal nachlesen. Ab Montagfrüh gibt es dort dann auch die Quoten. Die nächste Live-Ziehung am Mittwoch um 18.25 Uhr. Bis dahin wünsche ich Ihnen erstmal ein schönes Wochenende. Entspannen, erholen Sie sich gut. Tschüss und bis demnächst. Untertitelung des ZDF für funk, 2017